herzlich willkommen zu einem neuen video von watchpoint.de ich begrüße euch zu einem kurzen review oder eine uhrenvorstellung von den neuen orient uhren und zwar stelle ich euch heute einmal hier die orient m force vor und dann die neue kingdiver die aus der neuen serie für 70 jahre orient anniversary herausgebracht wurde wunderschöne uhren und ich hoffe ich kann euch einen kleinen einblick geben in diese uhren und euch auch zeigen wie schön die tatsächlich geworden sind fangen wir einmal an mit der neuen kingdiver eine wunderschöne uhr ich hoffe ihr seht wie edel der teil ist von dieser uhr so eine geprägte rückseite die uhr hat eine innenliegende lunette die ihr im oberen rad bewegen könnt ist eine homage an die in den 60er jahren rausgebrachte kingdiver die tatsächlich ein riesen erfolgs hit bei der firma orient wurde im original kommt die uhr mit einem braunen leder armband das habe ich aber gewechselt gegen das topics tab weil ich finde das sieht einfach noch mal schöner aus es hat ein wochentag ein datum rechts ist die uhr ist 200 meter wasserdicht obwohl die kronen nicht verschraubt sind sagt orient dass eine 200 meter tiefe laut iso gewährleistet wird finde halt dieses im teil halt wirklich überragend schön mit dem gradient gold sieht einfach toll aus wunderschön gelungene uhr jemand der auf diese art von taucher uhren steht kann die getrost mitnehmen zum tauchen es ist safir glas angebracht verschraubte rückseite einfach eine schöne uhr natürlich wie ihr euch denken könnt wenig loom es ist ein bisschen loom vorhanden aber nur wenig weil man sieht das ja an den zeigern schon es wurde kein loom aufgesetzt und auf der lunette auch nicht sind halt wirklich nur die striche zu sehen im dunkeln ganz im gegensatz zur nagelneuen m vorstelle ich euch hier doch vorstelle eine wahrlich schöne taucheruhr mit einem super schönen teil und zwar ist das so ein petrol grün gelber sekundenzeiger gradient und die uhr hat auch einen richtig guten loom sie wirkt erstmal ein bisschen klobig das liegt ja ganz eindeutig an der angebrachten an dem angebrachten kronenschutz den uhr mitgebracht hat aus edelstahl viele werden sagen das ist aber relativ klobig groß ist es aber gar nicht dadurch dass der abgerundet ist wirkt der am arm auch viel 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 weicher und softer die m force ist natürlich auch für 200 meter angelegt zum tauchen also wie gesagt 200 meter safir glas verschraubbare krone kronenschutz was ich persönlich sehr schön finde ist dass für die feder stege eine durchbohrung gemacht wurde so dass man die relativ kratzfrei auch die bänder wechseln kann und damit ein stift durch geht kann man die raus drücken das design ist einfach klasse edelstahl gebürstet das gradient das wirkt einfach hervorragend weiß ich wie nah ich es jetzt dran kriege weil es scheint ja wirklich was mit dem zoom zu sein heute aber schaut euch das an wunderschön sportliche zeige eigene orient werke natürlich verbaut der pipp ist eingelassen rot abgesetzte krone finde ich sieht auch optisch dann wiederum sehr gut aus insgesamt eine wunderschöne wo die an einem kautschuk band kommt was auch von orient hergestellt wird was sehr sehr soft ist aber eine absolute kaufempfehlung die beiden ohren muss ich tatsächlich sagen die sind wunderschön ich hoffe euch die kleine vorstellung trotzdem gefallen auch wenn das mit dem bild nicht so gut geklappt hat aber ich denke mal ein kleiner eindruck von der uhr oder von den uhren ist schon mal gegeben ich kann nur sagen absolute kaufempfehlung da hat orient zwei ganz ganz tolle uhren rausgebracht und ich hoffe dass ich euch ein bisschen trotzdem was zeigen konnte auch wenn es am ende mit der bildtechnik hier nicht so gut geklappt hat heute ok ich wünsche euch eine gute zeit bleibt gesund und bis bald wie bei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017